Meine Fresse, geht doch. Oh Gott, stirb. Jetzt und drüber und rüber und weiter und nur treffen lassen. Jawohl, Aua. Alter, wie viele Teile kommen denn da angeflogen? Genau. Als wenn das nicht schon schwer genug ist, nein, da drüben muss dann auch noch so ein Teile stehen, ne? Ey, jetzt reicht's mir gleich. Ich, ich weiß, was ich jetzt mache. Ich... Oh fuck, es tut mir so leid, ich hab's nicht aufgenommen. Ich hab nicht auf die Tasse gerückt. Aber... Fuck. Ja, ich bin hier rüber gesprungen mit Timestoppen und jetzt hab ich sie gerade aufgeladen und ja, war sehr schön. Aber es tut mir so leid. Was soll ich denn hier machen? What? Einfach runterspringen? Ja. What the? Oh, das ist Sprite-Legging. Und da kommen große Metall-Dinger runter und hier auch. Oh mein Gott. Stirb! 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 Aua. Ich glaube, ich benutze den Schein-Schipper wieder. Achso. Pam, 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 Pam. 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 Oah. Oh, weiter-Para. Weiter-Para. Oh, weiter-Para. Wait, weiter-Para. Oh. Oh, weiter, weiter, weiter... Geh kaputt! Geh kaputt! Danke! Zeit anhalten! Und hier durch! Und hier durch! Und hier lang! Und hier lang! Und darüber schnitt! Oh fuck you! Fuck you! Ne, ey, wenn ich da halte, schnippe, ne? Warte! Hohohohoho! Alter! Tut mir leid, dass ihr die EINE Passage nicht gesehen habt, aber... Naja, die war auch jetzt nicht so spannend. So, ich guck erstmal, was, ähm, Shane Thawman kann. Oh, was denn... was ist so unfair? Okay. So, jetzt probier ich einfach mal den Quick Boomer an gegen ihn aus. Okay. Und ja, er ist sehr effektiv gegen ihn, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Stipp, 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 stipp! Ja! 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 Puh! Dieses Level war... aufregend! M get equipped! With... Metal Blade! Okay, Stage Select! Boah, ich hoffe, ich hab jetzt nicht zu viel rausgenommen. Weil ich glaube, ich hab... Ich hab gar nichts an den Anfang des Levels mitbekommen. Scheiße! Ähm, ja, gegen wen brauche ich jetzt Metal Blade? Bubble Man! Wir gehen zu Bubble Man! Ach, waren wir nicht schonmal? Das ist nicht so eine unschöne Welt. Ich gucke mal! Bei den Kaninchen! Stürb! 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 Komm runter! Komm, komm! Aua! Was? Was? Stürb! Stürb! Danke! Um... Kaninchen! Oh, knappe Sache. Woher kommt mir... Die Musik kommt mir verdammt bekannt vor, woher erzähle ich? A dududududo! Runter! METOOL STIRM! STIRM! Ach, das ist nicht das Level, das so verdammt lang ist? Mit den ganzen METOOL? Kommt mir so vor! Ja, das ist los! Oh man! Okay, danke! Hierüber? Oh, geht weg! Geht weeeeg! METOOL SUICIDE! NEIN! Das ist ein verrückter Schwung! Oh man! Noch mal! Wie viel extra Leben haben wir noch? Eins! Zoll! Gar nicht gut! Diese blauen Viecher! Oh, er hat mich nicht getroffen! Oh man! Wir haben ihn getroffen! Oh! 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 Gnadenlos Nein, ich probiere mich Toll Ja! Gott hat euch geschickt Fick dich Ja, genau Jawoll Nein, ich bin wohlfällig einfach so runter Und darüber Nein, 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 nein Oh Gott! Oh Gott! Was habe ich heute im Glückstag? Toll So und hier runter Okay, weiter Okay Nein Nein Oh nein Nein Einfach ein Nein Einfach ein Nein So Oh, aber das ist wieder knapp Autsch 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 Autschen Ich mache jetzt erstmal Schluss Weil ich gestorben bin Und keine Lust mehr haben Bis zum nächsten Mal Euer Rufus Mary Autsch 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 Autsch